Silva Dominique gegen Schorne, wer ist denn die Höhe? Dominique wer ist der Sieger? Wer spielt? Dominique wer ist der Sieger? Du? Dominic gegen Schorne ist ein charakter прев crois Generations Wer glaubt der Sam prinzipiell ist der Sieger? Oh, Arceus! Hä, warum spürst du hier mit? Du sagst ohne Items. Das war ein... das war das Geschenk an mich. Hä, wir sollen mit... Ähm, Kläger, du hast eine Kläger brauchen. Wir sollen ohne Items. Ja, mach mal bis das Licht an. Ich wollte dir nur einen Kläger erklären, wie du gestorben willst. Ja, durch die Ertanziehung von Arceus. Ähm, nein, ich hab dich... Du hast eine Minami gehäftet, die hab ich dir gegeben, deswegen um diese explodiert. Nein, hallo. Du gehst abgeholt, ne?